Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Blasenschwäche, das ist nahezu eine Volkskrankheit, die betrifft sehr viele Menschen. Und es gibt zwar Medikamente gegen diesen ungewollten Harnverlust, aber wenn die nicht mehr helfen und auch andere Methoden nicht helfen, dann kann durchaus ein Blasenschrittmacher nützlich sein. Was das jetzt genau ist und wie der funktioniert, das besprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Oliver Engel, er ist Chefarzt im Zentrum für Urologie und Nephrologie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Engel. Guten Abend, freut mich hier zu sein. So ein Blasenschrittmacher, wie funktioniert er genau? Ein Blasenschrittmacher ist sozusagen der Herzschrittmacher für die Harnblase. Er moduliert nervliche Impulse der Harnblase und verbessert dadurch ihre Funktion. Wie muss ich mir so ein Ding vorstellen? Ein Blasenschrittmacher ist ein kleines elektronisches Gerät. Hier habe ich einen dabei als Anschauungsmaterial. Er sitzt unter der Haut, ähnlich wie ein Herzschrittmacher auch, hat eine Elektrode. Und diese Elektrode geht durch das Kreuzbein und parallel zu den Nerven, die die Harnblase versorgen und kann dadurch interaktiv diese Nerven modulieren. Und wo genau sitzt er? Er sitzt am Rücken auf der Höhe des Kreuzbeins, also im oberen Gesäßbereich. Und merkt man den, wenn man da hinfasst? Wenn man von außen fasst, spürt man ihn normalerweise nicht. Er sitzt sehr tief. Er sitzt nicht direkt unter der Haut, sondern er sitzt unter dem Unterhautfettgewebe, sodass man vielleicht in der Tiefe, wenn man ganz tief reindrückt, spüren kann, dass da irgendetwas sein könnte. Aber im normalen Leben spürt man den nicht. So, und der, also wenn ich Sie richtig verstehe, der macht etwas mit den Nerven, die eigentlich die Blase steuern. Ganz genau. Der kann die Nerven modulieren. Der Blasenschrittmacher kann keine eigenen Nervenimpulse auslösen. Also eine Harnblase, die beispielsweise keine nervliche Versorgung mehr hat. Die kann er nicht ersetzen, ihre Funktion, sondern er kann nur Eigenreflexe, die da sind, modulieren und so die Funktion verbessern. Für welche Art Inkontinenz oder ich sage mal für welches Krankheitsbild, da gibt es sicherlich mehrere, ist er denn also dann geeignet? Es gibt zwei Hauptindikationen. Das eine ist die Drangsymptomatik der Harnblase. Das heißt, wenn ein Patient übernatürlich starken Harndrang hat, der kann im Extremfall auch mit Urinverlust in Verbindung treten, dann spricht man von einer Dranginkontinenz. Und die zweite Indikationsgruppe ist eine Blasenentleerungsstörung, die neurologisch bedingt ist. Das heißt, dass die Harnblase aus neurologischen Gründen zu schwach ist, sich zusammenzuziehen und sich zu entleeren. Ja, wenn der Nerven im Unterleib, ich sage mal, animiert, gibt es dann noch weitere Krankheitsbilder, für die er auch zuständig ist? Diese Nerven, die versorgen beispielsweise auch den Enddarm. Das heißt, dieser Neuromodulate wirkt auch auf Entleerungsstörungen des Enddarms. Also bei Stuhlinkontinenz beispielsweise oder bei Massdarmentleerungsstörungen. Genau. Aber wenn Sie sagen, dass er Nerven moduliert, die vorhanden sind, also nicht selber noch etwas dazu erzeugt, dann kann ich mir vorstellen, wie ist es dann bei einer Querschnittslähmung, wenn die auf die Blase geht? Bei einer Querschnittslähmung funktioniert er tatsächlich nicht, weil es müssen schon eigene Nervenimpulse da sein, die moduliert werden, um da eine koordinierte nervliche Funktion der Harnblase zu erreichen. Ja, das heißt dann, dass man vermutlich eine gute Diagnose erstmal machen muss, um zu gucken, ob der Patient überhaupt in Frage kommt für so einen Blasenschrittmacher, oder? Ganz genau. Die Diagnostik ist ganz entscheidend. Man muss also ganz genau differenzieren, hat der Patient eine entsprechende Drangsymptomatik überhaupt oder hat er, wenn man ins Thema Inkontinenz geht, hat er nicht doch eine Belastungsinkontinenz, die ja zahlenmäßig viel häufiger ist als die Dranginkontinenz. Bei der Belastungsinkontinenz, bei der klassischen Belastungsinkontinenz, würde er nicht wirken. Genau, weil da keine Nerven eigentlich betroffen sind, sondern Belastungsinkontinenz, Stressinkontinenz ist ja das gleiche, eher Druckproblem. Genau, das ist häufig einfach eine Schwäche des Schließmuskels, die kann der Neuromodulator nicht wirklich beeinflussen, aber eine Überaktivität der Blase, die zu einer Inkontinenz, also zu einem Urinverlust durch Überaktivität führt, die kann er beeinflussen. Und wenn ich jetzt dafür in Frage käme als Patientin, wie würde sich das denn für mich gestalten? Eine Operation und danach habe ich den dann oder wie läuft das? Es ist so, dass wir zunächst mal differenzieren, ob man in Frage kommt, ob die Indikation stimmt, das ist klar. Dann ist es aber immer noch so, dass es leider nicht bei jedem ausreichend gut wirkt. Und deswegen schließen wir vorher eine Testphase, in der eine Elektrode, also die endgültige Elektrode eingebracht wird und dann aber zunächst mal ein externer Schrittmacher angeschlossen wird, um über eine Testphase von ungefähr drei bis vier Wochen herauszufinden, ob ein Patient wirklich von der Therapie profitiert oder nicht. Okay, also die erste Operation bedeutet, dieses Teilchen wird eingesetzt und dann werden auch schon die Drähte zu den Nerven gelegt? Genau, also die Elektrode, die am Nerv liegt, die wird schon eingesetzt. Die Elektrode mündet dann aber durch die Haut nach außen. Und der eigentliche Schrittmacher, also das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das wäre der, der später mal implantiert wird unter die Haut. Und am Anfang bekommt man einen externen Schrittmacher. Das ist ein kleines Kästchen, das die gleiche Funktion hat, nur anders aussieht als das hier, das die Patienten an einem Gürtel tragen können über diese Zeit. Und wozu diese Testphase? Um herauszufinden, ob die Therapie wirklich ausreichend wirkt, also ob die Patienten davon profitieren. Also ob der Schrittmacher überhaupt eine Funktion erfüllen kann bei dem Patienten? Genau, ob die eigene nervliche Reaktion noch ausreicht, um dann eine gute Funktion zu erreichen durch die Modulation. Also die Eigenaktivität muss so beeinflussbar sein durch den Neuromodulator, dass man anschließend entweder die Drangsymptomatik ausreichend gut behandelt oder eben eine Blasenentleerungsstörung. Und warum sind das drei Wochen und nicht eine Woche? Weil das Nervensystem etwas Zeit braucht, sich auf diese Neuromodulation einzustellen. Das ist so, dass viele Patienten sofort profitieren, also von Inbetriebnahme des Gerätes sozusagen. Manche merken am Anfang noch wenig Effekt, vielleicht ein bisschen Effekt, aber noch nicht ausreichend. Und dieser Effekt stellt sich dann aber im Laufe der Zeit langsam ein. Ja, funktioniert das Ding einfach so von sich aus, wie so ein Herzschrittmacher? Oder habe ich auch eine Rolle dabei? Also muss ich was tun? Genau, das Gerät wird am Anfang in Betrieb genommen, eingeschaltet und dann sendet es kontinuierlich einen Impuls ab, wobei man die Intensität selbst regeln kann, also wie stark dieser Impuls abgegeben wird. Der wird zwar ständig abgegeben, aber wie stark die Intensität ist, das kann ich einstellen. Das kann jeder Patient anschließend mit einem Handgerät einstellen, wo er dann zwischen verschiedenen Programmen wählen kann, welche Elektroden angesteuert werden und wie stark der Nervenimpuls abgegeben wird. Wieso ist das denn unterschiedlich? Also wieso braucht nicht die Blase immer den gleichen Impuls von der Starke her? Also jede Erkrankung, jede neurologische Erkrankung ist im Grunde anders und jedes Empfinden des Patienten ist anders. Wenn ich die Intensität sehr hoch stelle, dann spüre ich irgendwann mal ein leichtes Kribbeln. Das heißt, die Patienten, so empfehlen wir das auch, gehen am Anfang mit der Intensität einfach mal hoch, bis sie so ein leichtes Kribbeln spüren, gehen dann mit der Intensität wieder runter, dass dieses Kribbeln weg ist und haben dann aber die maximale Stimulation, die maximale Neuromodulation. Und dann kann man testen, ob unter dieser maximalen Modulation der Effekt eintritt, den man sich wünscht. Und dieser Level ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Aha, es ist also nicht so, dass ich unterschiedlich einstellen muss, je nachdem, wie mein Tag gerade aussieht, ob ich mehr mögliche, häufige Möglichkeiten habe, auf eine Toilette zu gehen oder seltener. Sie stellen immer das gleiche Programm ein, die gleiche Intensität über einen langen Zeitraum. Ja, aber wenn Sie dann letztendlich Ihren Level gefunden haben, dann bleibt er als Dauertherapie. Ja, ach so, und dieses Kribbeln, das kennt man ja, glaube ich, auch von so Schmerzdesensibilisierungsapparaten, die man ja auch so verwendet und einstellen kann. Ja, genau. Das heißt, die Frage ist ja, wenn ich selbst eine Rolle dabei spiele bei der Sache, kann ich etwas falsch machen, was mir nachher schadet? Falsch machen können Sie nichts. Also Sie haben nur eine bestimmte Energie vorgegeben, die Sie einstellen können. Also Sie können damit jetzt nicht so hoch aus Versehen einstellen, dass Sie richtig Schmerzen bekommen oder dass irgendetwas, irgendeine Schädigung eintritt. Sie können auch jederzeit den Neuromodulator ausschalten. Also wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt, dass er gar nicht in Betrieb ist, dann können Sie den auch über dieses Bediengerät komplett ausschalten und wieder einschalten. Wenn es mir unheimlich wird aus irgendeinem Grunde. Wenn Sie das Gefühl haben, da stimmt irgendetwas nicht, der gibt jetzt zu viel Intensität ab, dass es irgendwie unangenehm ist auf Dauer und Sie kommen mit der Einstellung nicht zurecht. Kommt jeder natürlich mit zurecht, weil das ganz einfach gehandelt ist, aber theoretisch kann man jederzeit den Neuromodulator ausschalten. Ja, und angenommen, die dreiwöchige Phase war erfolgreich und ich habe gelernt, damit umzugehen, wo Sie ja sicherlich helfen werden, Sie und Ihr Haus, dann möchte ich ihn jetzt ja auch endlich implantiert haben, oder? Richtig. Nach ungefähr drei bis vier Wochen kommen Sie wieder zurück in die Sprechstunde und dann wird besprochen, wie der Erfolg war. Und wenn ein guter Erfolg eingetreten ist, dann würde man, die Elektrode ist ja schon implantiert, dann würde man an diese Elektrode den permanenten Schrittmacher anschließen und den unter die Haut implantieren. Der bleibt dann für mehrere Jahre, hat eine Batterie. Das heißt, die Batterie, die kann sich im Laufe der Jahre erschöpfen, unterschiedlich lange, je nachdem, wie hoch die Intensität eingestellt ist, hält die Batterie unterschiedlich lang, aber ungefähr so zwischen fünf und sieben Jahren erfahrungsgemäß. Und der Austausch, ist der unkompliziert, oder? Der ist unkompliziert, bedarf aber wieder eines kleinen operativen Eingriffs. Ja, genau, klein. Für Arzt ist ja ein Eingriff gerne klein. Was heißt denn das für den Patienten? Ist das das Vollnarkose? Ist das auch schon die beiden Operationen, über die wir gesprochen haben? Ja, das ist ein kurzer Eingriff in Narkose, also Operationszeit eine halbe Stunde. Und auch eben auch kein gefährlicher Eingriff, weil eben nur von außen dieses Kreuzbeinloch, dieses Vorrahmen punktiert wird und die richtige Stelle gesucht wird, dass wir eine entsprechende Reizantwort haben und dann eben über diese Punktionskanüle diese Elektrode eingebracht wird. Aber das ist keine große, gefährliche Operation. Das heißt also gerade auch, wenn man vielleicht schon Vorerkrankungen hat oder vielleicht auch ein gewisses Alter erreicht hat, lohnt es sich dann trotzdem, den zu implantieren? Auf jeden Fall. Also dass er Sinn hat und eine Wirkung erzeugt. Kann ich jetzt zu Ihnen kommen und sagen, ach Mensch, ich bin so ein bisschen inkontinent und ich möchte jetzt so ein Ding und dann habe ich keine Sorgen mehr? Einfach so? Sie können jederzeit vorbeikommen mit dieser Problematik und wir testen dann aus, ob die Indikation stimmt, also ob es sich jetzt in diesem Fall um eine Dranginkontinenz handelt. Und wenn es sich um eine reine Dranginkontinenz handelt, dann sind Sie die richtige Kandidatin für diesen Neuromodulator. Wenn wir sehen, es handelt sich eher um eine Belastungsinkontinenz, dann wäre die Therapie eine andere. Muss ich vorher andere Methoden ausprobiert haben? Wir würden auch zunächst einmal eine medikamentöse Therapie ausprobieren, weil die natürlich zunächst einmal auch richtungsweisend ist, ob man da auf der richtigen, ob man überhaupt durch diese Drangbeeinflussung dann auch die Inkontinenz wegbekommt. Das heißt, nach einer entsprechenden Diagnostik und Diagnosestellung einer Dranginkontinenz würde man zunächst einmal eine medikamentöse Therapie einleiten, schauen, ob dadurch eine ausreichende Besserung eintritt. Und sollte die nicht eintreten und die Drangsymptomatik mit Medikamenten alleine nicht ausreichend behandelbar sein, dann würden wir den Neuromodulator empfehlen. Es gibt ja auch noch Botox, oder? Botox gibt es auch noch, genau. Das ist auch eine Art von medikamentöser Therapie, die aber nicht als Tabletten eingenommen werden, sondern die direkt an die Harnblasenwand eingespritzt wird. Das Botox wird unter die Blasenschleimhaut gespritzt und hemmt damit auch diese Kontraktilität der Harnblase und wirkt gegen Drangbeschwerden beispielsweise. Ja, genau. Und ich glaube, bei beiden medikamentösen Methoden ist es so, dass die Wirkung nachlässt. Kann das sein? Das ist mit der Zeit, genau. Das ist richtig, genau. Botox hat eine Wirkungszeit von ungefähr drei bis sechs Monaten. Also man kann sich so vorstellen, dass mit der Installation von Botox die Wirkung langsam im Laufe der Zeit natürlich schon abnimmt und man aber ungefähr nach drei bis sechs Monaten immer noch einen ausreichenden Wirkspiegel hat, sodass es einen Effekt hat. Und dass man dann irgendwann, wenn der Patient oder die Patientin merkt, dass die Wirkung jetzt nachlässt und nicht mehr ausreicht, dass man dann eben Botox nochmals wiedergibt. Genau. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!